Ich bin der Moses Wendt, bin im zweiten Ausbildungslehrjahr als Zerspannungsmechaniker Frästechnik bei der Firma Gronis. Am Anfang war ich in der Grundausbildung Metall, danach sind wir zum konventionellen Fräsen gekommen, haben da einige Übungsstücke gefräst, Bohrungen haben wir gemacht und Fassungen haben wir gefräst. Nach den Übungsstücken sind wir dann zum CNC-Fräsen gekommen und haben die verschiedenen Parameter und Züge kennengelernt. Am meisten Spaß macht mir die Arbeit mit dem Werkstoff Metall. Darum habe ich die Ausbildung als Zerspannungsmechaniker begonnen. Es ist schön zu sehen, dass wenn man an dem Rad dreht, dass das dann passiert. Und wenn man jetzt dreht oder dreht, dass das Spann wegfliegt und alles. Wenn ich jetzt hier ausgerechnet habe, kann ich hier zum Beispiel in Blassformenfertigung kommen oder in die Ersatzzahlfertigung. Ich kann sich höher qualifizieren, indem ich einen Techniker mache oder dass ich einen Abteilungsleiter versuche zu machen. Was mir nur viel Spaß macht, ist mit den Kollegen Probleme zu lösen, wenn jetzt ein Programm geschrieben worden ist und ein Fehler passiert ist, dass man das Problem dann löst. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.